I bet the two of us can break this wall Natürlich sollen wir beide zusammen die wandern reißen Es ist schwer zu resisten Ich habe hier mal richtig viel Kraft, wa? Mhm Da muss ich mich ran schlürfen und dann musst du dich wahrscheinlich zu mir schlürfen Ach ja gut, dann gehe ich auch zu Fuß Es ist eh ein bisschen angenehmer, glaub ich Ne, das warst du Äh, Quatsch, hab ich verwechselt Du hast den Roten auf dem Kopf Dann musst du hin Stimmt Ah, so geht das Okay, das macht Sinn Ja Okay, das heißt, jetzt musst du mich abstoßen, ne? Ich muss rüber, ja Und jetzt darfst du zu mir kommen Cool Ja, das haben wir schon getestet Okay Okay, dann vertraue ich dir einfach und dann komme ich mit irgendwo Ich bin gleich hinterher geflogen Ich bin gleich hinterher geflogen Wunderschön, ja Ich bin gleich hinterher geflogen Wunderschön, ja Wunderschön, ja Wir müssen uns aneinander ziehen Ach, oh Stimmt Auf drei Machen wir Drei Hat funktioniert Das war jetzt wirklich, ähm, cool Okay Habe ich mit gerechnet? Ich habe eigentlich damit gerechnet zuerst, dass du eine andere Zahl sagst Der Sturm ist gekommen Ja Wir müssen uns aneinander bleiben Ja Habe ich mit deinem Magnet bereit Ja Habe ich mit deinem Magnet bereit Okay Du hast das, richtig? Oh Okay Ich kann auch nichts machen, ne, du musst Weiß auch nicht, was ich denn damit machen soll Hm Kann ich vielleicht irgendwie zusetzt? Ach, nee Ich nehme ich ja zu dir Katapultiere ich dich ein Stück zurück, wenn ich dann an dich ranke? Ne Oh Die View ist besser hier Hm Also da kommen noch mehr, wenn ich jetzt so da hochgucke Ja, deswegen irgendwie Kann man da bestimmt was mitmachen Ah, groß Wir müssen einfach auf diese Hälfte Ach so, ausweichen Ausweichen lassen? Ja, da kommen bestimmt irgendwelche Fälle runter Und wir müssen das immer benutzen, um schneller auszuweichen Ah, wir müssen uns Oh, ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen Ne, auch nicht Äh Geht das jetzt? Hey Ich komme da nicht ran Ich kann da nicht klicken Nein Geht nicht Okay, ich kann dich schmeißen, dann Warten wir nochmal einen Augenblick So jetzt genau das wie kommen immer nur in den intervallen jetzt kommt zu mir kommt zu mir kommt so ich jetzt daran müssen in der passage müssen wir den weg machen ja richtig ja okay du musst zum blauen ich muss mich hier am roten festhalten das will ich natürlich zurück du musst dich an mich festhalten ich kann okay ich bin hier irgendwo in einer okay ich bin hier in blickschutz okay du musst jetzt daran schlürfen schlürf dich ran gott hände frieren ab okay jetzt hier ist noch ein blauer ja musst du machen man muss immer so nach an bis man das schafft du kannst das sprinten tue ich doch nee du gehst nur wie ist doch schrift oder nicht oder wie war das mehrmals mussten schrift ganz viel spam ach das achte okay das habe ich vergessen ja okay dann bin ich tatsächlich ein bisschen schneller ja sorry anderes spiel schiff gedrückt hier schiff ja mensch alter mann da muss mich doch immer wieder muss mich doch immer auf aber hier dürfen wir noch mal aber nicht kriegen weil wir sind wir sicher wir sind wir sicher links streng verdrucken haben wir um hier okay habe ich wollte ich auch gerade machen hier da oben ist blau jetzt wird der wind nicht mehr auf hier bin ich jetzt hier sicher jetzt kannst du zu mir kommen ach so rum okay ich hatte jetzt schon direkt überlegt nach vorne zu müssen ich glaube nicht dass das so der plan ist guck mal hier hat jemand sein auto geparkt natürlich auch komisch hier ja das direkt für radwechsel ach so parkservice und sommer sommer reifen wechsel hatte der direkt beantragt ach ich verstehe ich verstehe ich verstehe Autsch war aber nicht sehr fest nee weder wind noch wetterfest da haben die 66 nägel gefehlt da haben die 66 nägel gefehlt okay kleiner hinweis weder ihr dürft euch gerne mein pen and paper oder unserer pen and paper erzeugung dann wisst ihr mehr so da ist unser blaues kreuz ach da genau ja was heißt das blau wäre ja meines genau richtig ach wir hätten sowieso hier runtergemusst er geht gerade so genau jetzt gehst du da rüber wirst du wir schaffen das ob so ja ups nur weil der weg vorgegeben ist müssen wir ihn nicht nehmen und jetzt sind wir auf der anderen seite aber haben genau das gleiche warte mal komm her ich merke das auch gerade ach so ach genau das gleiche wie vorher wir müssen uns wieder in die mitte du von rechts ich von links ach so jetzt muss ich hier stehen bleiben ich komme nicht auf die andere seite genau ja aber dass der magnet so weit reicht war das vorhin auch so weit ähm ja da standen wir ja auf der anderen seite von den zwei canyons ja genau aber ich habe ja das gefühl wir haben das war nicht ganz so weit ich hätte ja sogar gedacht das wäre weit doch okay vier und wieder verein sehr gut ich möchte die magneten gehen behalten ich wollte noch lustig ja 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 das war klasse ja ja das war klasse ja ja das war klasse ja 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 Eine sehr gestörte Kommunikation. Ja. Ja, nichts mit der eigenen Frau besprechen. Nee. Schneowland. Das heißt Schneeland. Ah, danke. Gerne. Ja. Wir haben die Schmerzen zurückgebracht. Jetzt weiß ich, warum das Buch uns hierher schickt. Ja. Das ist, wo ich vorgebracht habe. Ich war so nervös. Ich weiß. Und das hat es speziell gemacht. Wirklich? Ich weiß. Wie du genauer gesagt hast. Es war das peinste Proposal in der Geschichte des Proposal. Nein, Cody. Hallo, Bischlange. Hallo. Jetzt sind wir aus der Kuppel wieder raus. Amen. Amen. Ja. Letter B's number two. Congratulations. Isn't this exciting? Yes. We're thrilled. Good. Now, how do you find your purpose in life? Through, wait for it, passion! Yeah, uh, I still- Because you've lost your passion, Cody. The passion that lights the path to your purpose in life. Passion, path, purpose, passion, you know? Uh, no. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Hey, tell him, tell him! Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And, uh, and secondly, you never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault. You see? This is why we can't live together. You see? That's why I gave up. I do see. But look what it did to your relationship. Cody. It's time to awaken. Oh, wow. Look, it's my garden. Look how everything has grown. Oh. No, Cody. It's you who shrank. Oh, yeah. But everything still looks beautiful. Ugh. And all thanks to my painstaking groundwork, I might add. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this! Come on! What? Was ist das? Ich habe das nicht geplant. Was ist das? Use deine Hände! Und du wirst du schnell genug verstehen. Meine Hände! Und dann! Diese Zeit, du wirst du dich empfangen und unterstützt deinem Bescheid. Okay, cool! Ja, nur auf, wo du diese Dinge bemerkst. Nur auf deine Hände! Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das purple Ding ist blocken unseren Weg. Es sieht ziemlich wunderschön. Ja, was auch immer es ist, wir müssen es rausnehmen. Hallo? Ach, das ist Wasser? Du düngst die Pflanzen, kann das sein? Oder was würdest du sagen? Ja, ne? Das ist doch bestimmt Wasser, oder? Vermute mal. So, aber wieso hat das jetzt nicht gebracht? Muss ich da rein? Ah, ich muss... Ach so! Ah, Sichelangriff. Okay, sehe ich auch gerade bei dir. Okay, also wenn ich anvisiere, dann habe ich mein Wasser oder meinen Dünger oder was ist ich? Ja. Und ohne kann ich schlagen. Also ich denke mal, das ist ein, das ist Unkraut. Ähm, also mit der Sichel zupfst du das Unkraut aus und mit dem, mit der Pflanze, äh, mit dem Wasser weg, äh, ja, sorgst du für was neues Wachstum. Oh, richtig. Mhm. Irgendwie. Hey! Ja, auf! Ich jage armeist. Sollte dir jetzt einen aufbrumseln? Geht gar nicht. Was mache ich hier? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, aber ich denke mal davon, ähm, du wirst wahrscheinlich bessern müssen. Ja, richtig. Vielleicht sollte ich diese Dandelion-Sprouten aufbauen. Oh, das war schnell. Okay, jetzt muss ich da. Ich da genau hin. Na, Spum wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße. Ach, wie süß. Hudi? Ist das du? Ja! Das ist großartig! Okay, das, ähm, hat nicht gereicht. Muss man aber auch sofort wissen, dass man da hin muss. Ja. Sonst klappt das nicht. Okay, Puste Blümchen. Und jetzt? Ich das runter und dann kannst du hangeln. Ah, jetzt kann ich. Cool. Hm. Könnte man manchmal gebrauchen. Ja. Mal verkleinern wär eher sinnvoll. Will die ja nicht mietun. Oh Mann, was hat mit meinem Grünhaus passiert? Oh, das sieht terrible. Ja. Ja. Das ist, was passiert, wenn du deine Passion abandonn. Es wird infektiv. Infektiv? Das grünliche Stoff ist überall. Und es wird weiterhelfen, wenn du es stoppen kannst. Also, Cody. Willst du deine Passion nutzieren? Oder willst du es langsam sterben? Ha? Ha? Nein. May? Lass uns das grünliche Stoff rausnehmen. Lass uns das. Vamanos! Lass. Dem lila Zeug geht's an den Kragen an den Stängel. Oh. Oh, ein Kaktus. Oh, ein Kaktus. Es muss wirklich kraftvoll sein. Wir müssen den Garten, bevor es stirbt. Mir kannst du eine Kaktee. Cool. Ich muss echt aufhören, bei dir auf dem Monitor zu gucken. Habe ich bei den ersten Folgen auch nicht gemacht. Und jetzt lasse ich mich immer dazu verführen. Ich gucke gar nicht aus meiner Perspektive mehr, Mensch. Tja, ja. So, ab rein. Ja, toll. Jetzt muss ich eine Arschbombe machen in die Kakteen? Ja. Mal gucken, was passiert. Oh, yeah! Locked and loaded! Oh, Gott. Äh... Das ist eine gute Frage, wo du jetzt hin möchtest. Überdicken? Oh! Okay. Ähm... Was ist das? Oh, ich hab die... Oh! Ich egalbe! Jetzt hätte ich mich nicht überwunden! Das ist super, wie der Kaktus immer ihn ablehnt! Hehehehe Also ich muss echt sagen, ich hätte damit tatsächlich nie gerechnet. Nö, auch nicht. Sehr schön, aber das ist tatsächlich was, was ich mal gerne selber testen würde, also mal klein sein und dann wirklich in meinem Garten rumlaufen. Und dann für eine Ameise gefressen werden. Zum Beispiel, ja. Oder wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft auf eine Ameise reiten. Ja. Oh, Äpfel? Abgedacht. Hehehehe. Das geht. Hehehehe. 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 Wow, du bist so schön, Godi! Dreh, dreh, verlängern, Blätter sprießen lassen. Ich glaube, ich kann dir übernommen. also hier kann ich jetzt verkürzen hier ist links bei mir irgendwas was ist womit ich irgendwas machen könnte sich kannst du daran entlang ich kann noch nichts bei dir machen also okay dann muss ich zurück ich muss da vielleicht dran genau das kann sein vielleicht musst du auch noch weiter vielleicht musst du erst bis ganz ins ende weil das ist so ein ding wo du das mit den haaren und ein haar anziehst damit man sich daran herum schwingen kann weiter kann ich aber nicht hier ist mein maximum dann muss er irgendwas mit dem blätter spüßen zu tun haben noch was er bett er spüßt noch ja aber die option wird mir jetzt nicht mehr angezeigt und ich kann auch nicht mehr drücken ach ich musste den weg machen und du musst darüber drauf hopsen kann das weißt du da musst du es von anfang an machen wahrscheinlich ja sorry das ist aber ich nur umgewöhnung mit pflanze werden und jetzt muss ich da genau so dass ich muss jetzt zurück und du benutzt da oben den den springer den haken genau ja sorry ich war noch nie in meinem leben pflanze deswegen ist es eine kleine umgewöhnung acht okay du musst das erst kaputt machen ja aber dafür musst du einmal mit deiner ranke erst mal durch dieses fenster nach damit du mich bis darüber bringt das hatte ich nicht gesehen eine entschuldigung also nicht erkannt ich er kann komme ok mal gucken ob ich da hinkomme ja ich springe mittendurch doch mal neufel ach guck mal ich habe den richtigen pflanzen kopf ich bin schon wieder mitten durch also das ist mein fehler ich verschätze länge ok ich habe jetzt gerade erst gesehen dass ich eine echte pflanze kopf jetzt darfst du da ziehe ich mich mal zurück nie hatten die worte weiseren klang als ganz schön let's go auf ein neues oh irgendwann gehen die pflanze gehen die blätter kaputt oder bis ein ticken zurückgegangen vielleicht eventuell ich hatte mich jetzt eigentlich nicht bewegt mehr weil ich dem einfach nur zu gucken wollte jetzt hat linie nach da kann ich jetzt oben dran hopsten scharhaft einem ansporn ja das kann ich nichts waren das ist fertig nee das war der kund das ist doch ein löwenmäulchen pflanze kennt man doch bombe kohi kohi Aua! Aua! Oh, äh... Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Das Bäulchen. Ich hab sie, Frau Trump. Vorsicht hinter dir. Aua! Zu spät. Entschuldigung. Jetzt. Nee. Kann ich sie trotzdem fest? Ah! Sie sind sehr auf mich fixiert. Also dich lassen sie eher in Ruhe. Ja, ich bin ja ne Pflanze. Ich bin ja ihr Apfel. Krass. Ja, ich bin ja. Oh. 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 Well, we whipped them into shape, didn't we? Yeah, good one.